Diese hier zum Kauf angebotene vollständig renovierte Dreizimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Mönchengladbach. 1974 wurde das Mehrfamilienhause erbaut. Die Immobilie ist stufenlos zugänglich. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 135 m². Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 139.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017